Tesla ist natürlich sehr, sehr beliebt und deshalb immer wieder im Fokus von euch, natürlich von vielen Marktteilnehmern und natürlich auch von mir. Aktuell hat Tesla ja einen deutlichen Rücksetzer mal gesehen. Wir sehen das hier im Tagesschart, nachdem wir so tapfer nach oben gegangen sind, fast die 1300er-Marke sogar gesehen haben. Naja, 1244, so um den Dreh, scharf nach unten. Und wenn wir uns das ein bisschen höher auflösen, mal angucken, zum Beispiel im Stundenschart, dann sehen wir, dass wir relativ deutlich nach unten weg sind. So diese 1, 2, 3, 4, 5er-Geschichte und dann A, B, C nach oben. Ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, um es wunderschön zu machen. Das ist noch schöner, wenn es ein bisschen hier rechts über der Linie ist, aber es ist aber eine klare Korrektivstruktur und dementsprechend eine Chance, dass das schon die abgeschlossene Korrektur ist. Die Idee ist, dass sich das, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal fortsetzt. Das würde uns ungefähr führen auf die Marke von 851, so als ganz grobe Orientierung. Einfach im Sinne, erster Schub runter, wackelig nach oben und nochmal ein Schub runter. Das Ganze ist also ein Klassiker-Chart-Technik mehr oder weniger und kann dementsprechend auch gehandelt werden. Zwei Nachteile müssen wir mit beobachten. Punkt 1 ist, die Korrektur ist sehr schnell gewesen, sehr kurz. Das heißt, es besteht die Chance, dass die Korrektur noch weitergeht. Wenn sie so weitergeht, wäre es nicht schlimm. Würden wir ja auch nicht am Zwischentief getriggert. Blöder wäre, wenn der Kurs erst das macht und anschließend runtergeht, dann fliegt man da eben raus. Das muss man aushalten können. Und zweiter Punkt, es ist relativ kurzzeitig, also im Stundenchart. Jetzt haben wir das Wochenende. Falls wir da reinkommen, wir müssen damit rechnen, dass es ein Gap gibt. Zwischen den Tagen gibt es hin und wieder mal Gaps. Am Wochenende kann es ein Gap geben. In Anbetracht des relativ engen Stops, den wir hier haben, gemessen an der Bewegung, kann das natürlich genau doof sein. Das muss man sich überlegen, ob man das mitnehmen möchte. Aber ich denke mal, generell gesprochen ist die Chance ganz gut. Und wer das nicht schlimm findet, der kann das handeln. Eine Alternative zu diesem engen Stop wäre natürlich das Gleiche auch zu handeln, allerdings mit einem weiten Stop. Denn diese Bewegung von hier oben beginnend bis hier runter, die ist ziemlich sicher nicht eine C-Welle. Das passt mit der Vorgeschichte nicht so gut zusammen. Deshalb gehe ich eher davon aus, dass das, was wir hier haben, eine erste Welle ist. Das heißt, ich gehe quasi zwingend davon aus, dass sich das hier unten nochmal fortsetzt, also dass wir das bekommen. Allerdings weiß ich nicht, von wo aus. Kann ja sein, dass die Korrektur erst noch weiter geht oder wie ich es eingezeichnet hatte, hier mit Umweg. Und dann wäre es vielleicht gar nicht so sinnlos, davon auszugehen, okay, ich lehme den Stop nicht hier auf diese enge Variante mit einem sehr schönen CRV und einer etwas höheren Chance, ausgestoppt zu werden. Sondern in diesem Fall setze ich den Stop gleich hier oben hin. Das heißt, ich habe eine Chance, wenig wahrscheinlich ausgestoppt zu werden. Denn wir wissen, der Kurs, wenn er korrigiert, kommt irgendwo hier in diese Zone rein, meistens aber dann auch nicht mehr drüber und würde dann eben danach diese Strecke nochmal fortsetzen. Das hat allerdings den Nachteil, dass gegebenenfalls das CRV, weil der Stop ja ein bisschen höher liegt, schlechter ist. Das heißt, viel bessere Trefferquote, aber eben ein schlechteres CRV. Diesen Spagat, den müssen wir gehen. Das ist so die Geschichte, die wir permanent eigentlich haben als Trader. Ich mag nicht sagen, welche dieser beiden Varianten in diesem konkreten Fall die bessere ist. Das kann ich euch erst im Nachhinein sagen. Ich kann aber sagen, dass beide Varianten grundsätzlich, wenn ich viele Trades mache, positiv sind. Es kann nur sein, dass in manchen Marktphasen die nicht so gut ist, in manchen die. Allerdings, wenn man die immer vorhinein schon wüsste, dann wäre das Klasse ein Zweifelsfall. Könntet ihr sagen, diese mag ich lieber, diese mag ich lieber. Oder ihr sagt, komm, ich mache die Hälfte der Position mit dieser Variante, die andere Hälfte der Position mit dieser Variante. Einstieg ist hier auf dieser Tiefmarke, die wir hier haben. Das ist das Zwischentief, ich gebe es euch mal eben an, das ist das Low bei 1.012,50, also quasi, wenn der Kurs da drunter geht. Das wäre der Trigger für die Short-Seite. Im engen Fall wäre der Stop hier bei 1.083, also 1.083 und 50 Cent. Ziel habe ich schon genannt. In dem weiteren Fall der Entry erstmal zumindest gleich. Hier an der Stelle der Stop allerdings bei 1.188,67 und das Target vorläufig, solange das Hoch hier auf dieser Höhe bleibt, ist es natürlich auch hier die 1 zu 1 Situation. Allerdings, ihr seht schon, wenn der Kurs also nachher noch eben weiter nach oben geht, also zum Beispiel noch ein-, zweimal nach oben geht, dann rückt natürlich dieses Ding hier, diese gleiche Länge, immer auf das nächste Hoch, also dann hier und damit rutscht das Ziel natürlich immer ein bisschen hoch und wenn es sogar noch mal einmal weiter ist, dann eben noch mal einmal weiter, immer auf den höchsten Punkt und dann die 100% Projektion, sodass wir das Ziel im Moment einschätzen können, ähnlich wie hier. Aber im weiteren Verlauf, falls es doch noch mal nach oben geht, rutscht eben das Ziel nach oben, macht das CRV nicht mehr ganz so attraktiv, aber wie gesagt, hier spielen wir dann auf die Trefferquote. So, damit habe ich euch mal zwei Varianten gezeigt, wie das typischerweise aussehen kann. Also wir mögen beides, wir können entweder beide parallel handeln, das machen wir manchmal, wir entscheiden uns manchmal auch für die eine oder die andere Variante, je nachdem wie unsere anderen Trades aussehen. Wenn wir sagen, wir haben viele Trades mit einem engen Stopp, dann suchen wir hin und wieder welche mit einer weiteren Variante, damit wir auch dadurch ein bisschen diversifiziert sind und nicht so sehr eingeschossen sind auf nur eine Größe. Das ist also jetzt mal so eine Idee, die man umsetzen kann für all diejenigen, die sagen, Mensch, das war jetzt mal erhellend, das noch mal so zu sehen. Ihr seht, dass man als Händler, auch wenn man keine Ahnung hat, was als nächstes passiert, trotzdem Entscheidungen fällen kann, die zumindest mal eine positive Gewinnerwartung haben. Nicht in Einzelfällen, das muss ich immer wieder betonen, aber in der Summe der Trades. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir alle können nicht in die Zukunft gucken und auch nicht sehen, welche dieser beiden Varianten gilt. Im Zweifelsfall beide machen und dann sagen, okay, die eine war nicht so gut, die andere aber dafür. Manchmal klappt auch beides. Gelegentlich passt es auch natürlich beides nicht, aber in der Summe sollte das hinhauen. So, das als Beitrag hier von dieser Seite mal. Euch alles Gute, falls wir uns nicht mehr hören und sehen in den Märkten. Euch ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche geht es weiter und ich drücke euch die Daumen, dass ihr die richtigen Entscheidungen für euch fällt.